Wir sind die Klinik für forensische Psychiatrie im Pfalzklinikum in Klingenmünster inmitten der wunderschönen Südpfalz und wir suchen neue Kolleginnen und Kollegen. Im Maßregelvollzug betreuen wir psychisch erkrankte und abhängigkeitserkrankte Straftäter. Ich habe einen zugeteilten Patient, wie gesagt die Bezugspflege und zusätzlich zusammen mit meinen Kollegen andere Patienten versorgen. Man muss schon sein Mann stehen und muss schon ein bisschen sich manchmal durchsetzen, aber wir haben eine sehr starke Bindung zu unseren Patienten. Wir sind da auch nach ihrem Aufenthalt hier bei uns. Man freut sich dann, wenn mal jemanden draußen sieht. Wir arbeiten im Dreischichtsystem und im Zweischichtsystem. Vielfältige Angebote, dass man dafür sorgt, dass der Patient wieder in die Gesellschaft integriert wird. Die Zimmern sind komplett offen, da ist keiner eingesperrt bei uns. Das ist halt manchmal auch sehr herausfordernd. Freite Aktivitäten planen, einkaufen in die Stadt. Ich bin mit Herz dabei, muss ich sagen. Also ich kann mir kein besseres Team vorstellen bei mir. Wenn Sie teamfähig und empathisch sind, dann bewerben Sie sich bei uns oder melden Sie sich gerne. Ich bin mit Herz dabei, muss ich sagen. Ich bin mit uns dabei, muss ich mir gar nicht beschleunigen. Ich bin mit ihm auf dem Gegenrufe.